Willkommen an der Rezeption des Krankenhauses. Womit fangen wir an? Führe den Patienten in die richtige Etage. Dies ist die Etage für die allgemeine Untersuchung. Fangen wir an. Bringe den Patienten in das richtige Zimmer. Tippe auf das Stethoskop. Untersuche die Atmung des Patienten. Messe die Temperatur. Der Patient hat Fieber. Hilft bitte. Wir brauchen dieses Werkzeug für die Behandlung. Sammle die benötigten Gegenstände. Gebe dem Patienten eine Pille. Gebe ihm etwas Wasser. Gebe etwas Wasser in die Schüssel. Mache ein Eisbad. Bewege das Eis. Lege das Handtuch in die Badewanne. Fange die Pillen der richtigen Farbe. Seh Morales Bewege die Pillen in die Packung. Willkommen an der Rezeption des Krankenhauses. Womit fangen wir an? Patientin gesucht. Womit fangen wir an? 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 Womit fangen wir an?